Schauen wir uns diesen Drehgeber an. Dieser wird von uns vermarktet und im Anschluss geht bestenfalls dann natürlich die Bestellung eines Kunden bei uns ein, welche im Vertrieb bearbeitet wird. Der Einkauf bestellt die einzelnen Komponenten des Drehgebers und die Disposition prüft die Materialverfügbarkeit und steuert die Produktion. Im Anschluss an die Auslieferung überwacht das Rechnungswesen den Zahlungseingang des Kunden. Wir Industriekaufleute unterstützen alle kaufmännischen Abteilungen und Prozesse, was unsere Ausbildung sehr vielfältig macht. Innerhalb dieser drei Jahre werden wir nicht nur fachlich ausgebildet, sondern wachsen auch in unserer Persönlichkeit durch eigenständige Projekte. Untertitelung des ZDF, 2020